Für die einen sind es bloß bunte Vogelscheuchen, die da auf der Wiese am Eingang der Langsamstraße an der L814 bei Glarum stehen, für andere sind es gekrönte Häupter. Zusammengezimmert aus ein paar Latten und ausstaffiert mit Stroh, mit Zubehör aus einem schwedischen Möbelhaus und aller Handfundstücken aus dem Haushalt, stehen die drei Figuren nun gut sichtbar auf der Wiese und weisen den Weg über die Langsamstraße zum Café Soutje. Dort beginnt heute in einer Woche am Samstag, den 29. April, die inzwischen fünfte Saison des von Menschen mit und ohne Behinderung unter der Regie des Vereins Lebensweisen gemeinsam betriebenen Cafés. 75 ehrenamtliche Helfer stehen hinter dem Projekt, darunter auch zwölf Servicekräfte mit Behinderungen. Die Betreuungskräfte ziehen sich weiter zurück, den Mitarbeitern mit Behinderung wird mehr zugetraut. Sie sollen den Cafébetrieb zu einem größeren Teil allein managen. Ganz ohne Betreuungspersonal für die Mitarbeiter mit Behinderung soll es im Café Soutje aber auch künftig nicht laufen. Im Hintergrund agieren immer noch zwei oder drei Helfer. Vor allem soll es aber im Café Soutje auch weiterhin ganz gemächlich, ohne Hektik zu gehen.